Uh, Sir, what is your opinion about Birdie Fogs? You should go to jail for what you do. Goddamn Michael, I gotta go now. Come on with it, Birdie Fogs. Ah, wer ist der schönste Trainer der Stadt? Birdie Fogs, Birdie Fogs! Wer schleppt die geilsten Weiber ab? Birdie Fogs, Birdie Fogs! Wer trägt Größe XXS? Birdie Fogs, Birdie Fogs! Und ist dafür schon ganz schön Käse. Birdie Fogs, Birdie Fogs! 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 Wer sieht hinten aus wie Porn? Birdie Fogs, Birdie Fogs! Wer darf in der Nase bohren? Birdie Fogs, Birdie Fogs! Wer ist gerne Eis am Stiel? Birdie Fogs, Birdie Fogs! Und wer spielt gern mit Playmobil? Birdie Fogs, Birdie Fogs! Wer redet, was kein Mensch versteht? Birdie Fogs, Birdie Fogs! Wer hat an der Uhr gedreht? Birdie Fogs, Birdie Fogs! Wer spielt Fußball und kein Golf? Birdie Fogs, Birdie Fogs! Wer hat Angst vor bösen Wolf? Birdie Fogs, Birdie Fogs! Birdie Fogs, Birdie Fogs! Birdie Fogs, Birdie Fogs! Berti Bo, Berti Bo, wer hat ständig Angst? Au! Berti Bo, Berti Bo, wer hat immer coole Sprüche? Berti Bo, Berti Bo, wer steht zu Hause in der Küche? Berti Bo, Berti Bo, wer singt gern mit Village People? Keiner, keiner, Franz ist groß und was ist Berti? Kleiner, kleiner, wer muss schon um acht ins Bett? Berti Bo, Berti Bo, und wer ist eigentlich doch ganz nett? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020